Der Name ist bei diesem Navi-Programm. Das VX35 Easy ist super einfach zu bedienen und verfügt trotzdem über alle wichtigen Funktionen. Hier kommen Sie besonders schnell zum Ziel. Mit dem optimierten Menü kommen Sie sofort zurecht, auch ohne das Handbuch lesen zu müssen. Durch die realitätsnahen 3D-Karten verlieren Sie während der Fahrt nie den Überblick und gelangen sicher an Ihr Ziel. Natürlich bringt das VX35 Easy alle wichtigen Navi-Extras wie Spurassistent, Tempo-Warner, Points of Interest und ähnliches mit. Der automatische Nacht- und Tunnelmodus sorgt dafür, dass Sie auch bei Dunkelheit die Rute nicht aus den Augen verlieren. Damit Sie auf dem farbstarken Touchscreen alles im Blick haben, können Sie weniger wichtige Funktionen ausblenden. Und durch den integrierten Medienplayer kommt während Fahrtpausen keine Langeweile auf. Das sportlich kompakte Gehäuse bietet an der Frontscheibe genügend Sicht und passt in jede Jackentasche. Handlich, leicht zu bedienen und trotzdem funktionsstark. Das VX35 Easy ist ein Navi nach Maß und wird Ihr neuer Dauerbegleiter. Wetten? Wetter mit Klingen Wette Subtiteln Wettbegleiter